Lust auf einen Beruf mit allerbesten Verdienstmöglichkeiten, mit nur 8 Monaten Ausbildung und 4 Monaten Praktikum. Mit garantierter Zusage einer Festeinstellung ganz in Ihrer Nähe. Dann werden Sie Fahrlehrer und Fahrlehrerin in der Verkehrsfachschule Rheinland GmbH. Informieren Sie sich jetzt über die vielfältigen Fördermöglichkeiten und über Ihren Traumberuf, auch mit Bildungsgutschein. Professionell und qualifiziert, wir sind amtlich anerkannt und zertifiziert. Ihre Fahrlehrer aus und Weiterbildungsstätte in Niederkassel, zwischen Köln und Bonn. Steigen Sie ein in einen Job, der Zukunft hat. Verkehrsfachschule Rheinland GmbH. Das Berufskolleg in Siegburg veranstaltet zum ersten Mal einen Aktionstag zur Berufsorientierung für die Schülerinnen und Schüler. Dieser legte Wert auf deren Anliegen und Bedürfnisse. Der Aktionstag eröffnet den teilnehmenden Ausbildungsbetrieben die Möglichkeit, potenzielle Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz für das Jahr 2019 im direkten Gespräch kennenzulernen. Gleichzeitig haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich aktiv mit den Anforderungen unterschiedlicher Berufe auseinanderzusetzen. Wir möchten, dass unsere Schüler jetzt gezielt eine Ausbildungsstelle hier finden können. Wir haben diverse Unternehmen akquiriert und eingeladen. Hier haben sie eine Möglichkeit, sich zu präsentieren und mit den Schülern einen ersten direkten Kontakt zu knüpfen und sich dann vorzustellen. Also unsere Schüler können sich vorstellen. Und das Ziel ist es, dass die Schüler eine Ausbildungsstelle bekommen, noch in diesem Jahr oder, wenn möglich, eine Praktikumsstelle. Durch diese Aktion sollen die Schüler frühzeitig und systematisch auf die Berufswahl und die erfolgreiche Aufnahme einer Berufsausbildung vorbereitet werden. Und wir haben noch Talkrunden organisiert von unseren Schülern selber, wo dann eben auch nochmal Befragungen stattfinden und aus dem Berufsalltag erzählt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler wurden über Ausbildungsangebote der jeweiligen Unternehmen informiert und individuell beraten. Durch Informationsstände oder Workshops konnten die Schüler einen besseren Eindruck gewinnen.